Hallo, ich heiße Maria Schulze und ich bin die neue Mitarbeiterin jetzt beim Planlabor. Wir sind jeden Montag, Mittwoch und Freitag hier am Falkenholz, in dem ich auch gerade bin, Falkenholz 14 erreichbar und freuen uns total, wenn Sie da hinkommen, mit uns diskutieren, Fragen stellen bzw. Ideen einbringen, damit wir den Schlaz weiter nach vorne bringen, können. Ich finde es super, wenn die Leute, die hier wohnen oder auch arbeiten etc. hier sich das angucken können, was geplant ist und auch mitreden können, eigentlich Ideen mit einbringen können und ich finde das sehr wichtig und sehr schön. Die Bürger regen sich auf, aber bringen sich nicht ein und haben aber die Chance mitzuregen und das ist, was mir ein bisschen so, ich sag mal, aufbricht. Jeder meckert, aber mitmachen, das Chaos zu organisieren, machen sie auch nicht. Ich finde das total toll, weil das, glaube ich, wichtig ist für die Stadtteilentwicklung, dass alle Menschen, die es betrifft, auch einen Ort haben, wo sie sich informieren können und ich glaube, dass wir da mit dem Planlabor jetzt hier vor Ort im Falkenholz ganz tolle Voraussetzungen haben. Ja, Eröffnung, Planlabor super, Falkenholz 14, sollte man unbedingt vorbeigucken. Ich kann Sie nur ermuntern, kommen Sie her, sprechen Sie mit den Kolleginnen und Kollegen. Und genau, ich bin jetzt auch immer da. Die Öffnungszeiten sind montags von 9 bis 12 Uhr, mittwochs 15 bis 18 Uhr und freitags 11 bis 14 Uhr. Wir heißen Sie herzlich willkommen und freuen uns sehr, wenn Sie vorbeikommen. Dankeschön. Also ich finde es gut und hier wird man dann gerne mit euch diskutieren.